Ich habe die Bahn direkt vor dem Fenster und die Station direkt vor dem Fenster. Die schauen mir ins Kaffeehefel. Brigitte Mang ist, wie viele andere AnrainerInnen auch, gegen die Hochlage der Bahn und fordert... De facto Neustart für das Projekt und in die Tieflage. Das ist es. Meines Wissens nach werden Sie niemanden finden oder kaum jemanden finden, der sich ganz generell gegen die Bahn stellt oder den Personennahverkehr stellt. Es geht per se um das Projekt, das wir alle für ein nicht geeignetes Projekt halten in dieser höchstqualitativen Lage im 13. Bezirk.